Hallo liebe KiCat-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video-Tutorial KiCat 5.1.x. Ja, hallo, willkommen zurück. Heute möchte ich euch noch schnell etwas zeigen, und zwar zum Thema FreeCat EdgeCat Export ins KiCat. Da hat es einige Fragen in den letzten Tagen dazu gegeben, und ich habe hier schon nochmal ein Projekt erstellt, und zwar den ViaFence. Das ist auch das nächste Plugin, was ich euch noch vorstellen möchte. Das mache ich dann gleich im nächsten Video, aber heute nochmal zwischendrin der Export von EdgeCats umrissen hier in ein KiCat-Projekt. Und ich mache mal hier auf den PCB-Layout-Editor. Wir sehen jetzt, hier ist kein EdgeCat drin. Und wenn ich jetzt hier wechsle ins FreeCat, ich habe das hier schon mal gestartet, sind zwei Dinge zu beachten. Ihr startet als erstes einmal das FreeCat. Ich mache es nochmal von vorne, es ist vielleicht besser, ich verwerfe nochmal das Projekt vom Ausprobieren. So, also ihr startet hier FreeCat. Und jetzt hat sich in der Step-Up Workbench das ein oder andere geändert. Und das möchte ich euch kurz zeigen. So, FreeCat ist gestartet. Als erstes immer prüfen, egal, wenn ihr jetzt auch mal eine längere Zeit nicht mit FreeCat gearbeitet habt, hier im Add-on-Manager, bevor ihr anfangt zu arbeiten, prüfen, ob es hier Updates gibt, insbesondere die KiCat Step-Up Workbench. Die wird sehr häufig geupdatet und dann einfach mal hier anklicken, Install Update. Dann wird automatisch die neue Version runtergeladen und installiert. Das vermeidet dann beim Arbeiten mit dieser Step-Up Workbench diese lästige Update-Meldung, die dann auch wieder dazu führt, dass ich erst wieder speichern muss, das runterladen, dann das ganze KiCat neu starten. Das also vorher mal ausführen. Und ich habe das hier schon für heute mal gemacht. Ich schließe das hier wieder. Und wir können jetzt hier im Part-Design ein neues Projekt starten. Wir sagen, einen neuen Körper erstellen. Wir wollen eine Skizze haben auf der XY-Plane. Und wir können jetzt hier mal einen Edge-Cut zeichnen, den wir dann auch für dieses Plugin ViaFans brauchen. Ich zeichne hier einfach mal ein Rechteck mit der Taste S oder hier über diesen Button kann ich die Symmetriebeziehung erstellen. Ich gehe hier also auf S, wähle meine drei Punkte hier über die Diagonale aus, welche symmetrisch sein sollen. Das ist jetzt hier eine Symmetriebeziehung. Wir bemaßen noch unser Rechteck einmal hier mit 100 mm und in der Vertikalen mit 50 mm. Damit ist unsere Skizze jetzt vollständig eingeschränkt und ich kann mit ihr arbeiten. Wir gehen hier auf Schließen. Wir brauchen hier auch nichts aufzupolstern oder sowas. Das ist jetzt erst mal nicht nötig. Wenn ich jetzt, so wie ich das hier gerade gezeigt habe, ohne etwas einzustellen, hier ist kein Grid Origin eingestellt, wird automatisch der originale Grid Origin genommen. Und das ist der, der hier oben außerhalb sitzt. Das ist der Originalpunkt, der von KeyCat verwendet wird. Wenn ich jetzt also diesen Sketch hier in EdgeCats exportieren will, wähle ich also meine KeyCat Step-Up Workbench aus und gehe jetzt hier auf das Exportieren, Push-Pull EdgeCats in die PCB Edge. Das hatte ich schon mal gezeigt. Ich kann jetzt hier noch das Layer-Socker auswählen. Ich sage natürlich jetzt hier EdgeCats, OK. Ich wähle hier diese KeyCat PCB Datei aus, sage Speichern, dann werde ich hier gefragt über Speicher, Überschreiben und so weiter. Jawohl, das hat er jetzt auch gemacht. Und jetzt, wenn ich das hier beenden will, erhalte ich diese Fehlermeldung. Und zwar ist jetzt hier ein Grid Origin in FreeCat gesetzt, in den Einstellungen, aber nicht im KeyCat PCB New File. Das ist eine Fehlermeldung, über die viele drüber stolpern. Und wenn wir jetzt hier nochmal unser PCB-File schließen und die Platine nochmal öffnen, sehen wir jetzt, oha, eigentlich sollte ja der EdgeCat jetzt hier in der Mitte sitzen und sitzt aber jetzt hier oben in diesem Mittelpunkt hier. Und das ist ja, wie gesagt, der Original Grid Origin von KeyCat. Der sitzt hier oben etwas außerhalb von meiner, von meinem eigentlichen Platinenvorlage. So, ja, wie können wir das jetzt ändern? Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1. Wir gehen mal hier, wir rufen hier also die KeyCat Step-Up Workbench auf. Die muss eingestellt sein. Gehen hier auf Beartenweiten Einstellungen. Und sagen jetzt hier unten, in diesen Einstellungen hier unten, hier das PCB Placement. Und da sagen wir hier ist Grid Origin. Und Grid Origin ist jetzt eben dieser Punkt außerhalb. Ich kann das hier ändern in PCB Sender. Ich mache das jetzt hier mal. Ja, dann kann ich hier auf Anwenden gehen. Sage auf, gehe auf OK. Und ich muss jetzt natürlich hier meine Platine mal schließen. Ich muss dieses File neu erstellen. Auch das hatte ich bereits schon mal angesprochen. Wenn so ein PCB File hier einmal mit einem EdgeCat beschrieben ist, gibt es dann Probleme mit dem FreeCat exportieren. Deshalb lösche ich hier mal das File für diesen Zweck. Ihr braucht das natürlich nicht machen. Ich starte hier nochmal den Platinen-Editor. Sage ja, ein neues File nochmal erstellen. Einmal hier auf Speichern klicken. Dann sehen wir jetzt, wird hier mal eine neue Datei erstellt. Und hier ist jetzt auch kein EdgeCat drin. Ich wähle wieder jetzt hier im FreeCat meinen Sketch aus. Bin hier in der Step-Up Workbench. Dann habe ich hier Push Sketch to PCB Edge. Sagen wir hier wieder Exportieren. Und wir wählen jetzt hier wieder diese Datei aus, die wir gerade neu erstellt haben. Und sagen jetzt hier Ja, überschreiben. OK. OK. Wir erhalten diesmal keine Fehlermeldung. Und wenn ich jetzt das File neu lade, ich schließe hier nochmal und öffne wieder meinen Layout-Editor von KeyCat, dann sehen wir, sitzt das Ding jetzt hier mittig drin. Das ist die Variante 2, wie ich diese Fehlermeldung vermeiden kann. Ich schließe jetzt wieder den Editor. Ich lösche nochmal dieses File hier für euch als Beispiel. Die beiden Backup-Dateien habe ich auch gleich nochmal mit weggemacht. Die brauchen wir auch nicht. Ich öffne nochmal den Layout-Editor. Ich lege mir nochmal eine neue Lehre-Datei an. Einmal speichern. Dann kann ich den hier erst mal wieder schließen. Wir haben jetzt wieder hier unser KeyCat-PCB-File. Das leere. Und ich gehe wieder hier ins FreeCat zurück. Ich stelle jetzt hier in den Einstellungen für die Step-Up-Workbench. Wichtig, dieser Button hier unten, der taucht nur auf, wenn hier KeyCat-Step-Up eingestellt ist. Ich gehe hier wieder zurück auf Grid Origin. Ich stelle das hier wieder zurück. Ich würde jetzt theoretisch die Fehlermeldung erhalten. Ich sage jetzt hier einfach mal anwenden. Okay, lasse das jetzt mal so, wie es ist. Jetzt öffne ich nochmal den Layout-Editor. Drücke die Taste S. Damit kann ich das Grid Origin jetzt hier setzen. Egal wohin. Ich mache das mal hier so ein bisschen etwas außerhalb der Mitte. Damit entsteht hier dieser graue Kreis mit dem Kreuz drin. Das ist jetzt ein neuer Grid Origin. Den speichere ich. Ich mache jetzt hier zu. Und ich exportiere jetzt nochmals hier diesen Umriss in EdgeCats. Das gebe ich jetzt hier wieder an. Wichtig ist, dass ihr vorher in den Einstellungen zurückgestellt habt. Auf Grid Origin speichern. Okay. Okay. Ich erhalte wieder keine Fehlermeldung im Gegensatz zum ersten Beispiel. Und wenn ich jetzt hier öffne, sehen wir, dass unsere Platine jetzt auf diesen Grid Origin exakt in der Mitte positioniert ist. Also wenn ich jetzt hier draufgehe, sieht man schon mit dem Fadenkreuz, bin ich jetzt hier genau auf dem Mittelpunkt. Und wir sehen, dass jetzt auch die Platine hier exakt alle vier Quadranten, die sich dadurch ergeben, durch das Fadenkreuz exakt mittig positioniert ist. Und ich könnte jetzt natürlich hergehen und diesen Grid Origin hier aus der Mitte herausnehmen. Ich kann ihn auch da lassen. Das kommt jetzt auf euer Projekt drauf an. Einfach indem ich die Taste S hier im KeyCat nochmal drücke. Und wenn ich jetzt hier oben auf die Ecke gehe, wird irgendwann einmal, ich zoome mal ein bisschen rein, hier diese Ecke angewählt. Wir sehen jetzt hier so einen kleinen weißen Kreis drum. Und wenn ich jetzt hier nochmal einen Linksklick mache, wird also mein Grid Origin jetzt hier auf diese Ecke gesetzt. Und mein Platinenumriss sitzt jetzt hier an dieser Stelle von meinem Außen- oder Schaltplan- bzw. Platinenlayout-Editor-Vorlage an dieser Stelle. So, es liegt jetzt an euch, wie ihr damit umgeht. Ich würde vorschlagen, so wie wir es bisher immer gemacht haben, dass die gleich automatisch hier sauber in der Mitte drin liegt. Das heißt, um uns zukünftige Fehlermeldungen zu ersparen, wählen wir hier oben im FreeCat die Step-Up Workbench aus, gehen auf Bearbeiten, Einstellungen. Hier unten in diese Einstellung rein und statt Grid Origin nehmen wir hier einfach PCB Center Approximate. Das ist also irgendwo so fast in der Mitte. So, und damit würde jetzt, ich mache das jetzt an dieser Stelle auch mal, hier unsere Umrisse immer sauber mittig in unsere Vorlage hinein exportiert. Ich mache hier nochmal zu, Änderungen verwerfen. Dann schmeiße ich hier nochmal diese Datei heraus. Erstelle jetzt nochmal eine neue leere Leiterplatte. Leiterplatte, sage hier OK. Damit haben wir die an dieser Stelle. Und wenn ich jetzt diesen Sketch, diesen Umrisse 100x50 hier in EdgeCuts exportiere, wähle ich das hier entsprechend aus. Sage OK, OK, OK. Und wenn ich meinen Layout Editor starte, dann sitzt das hier so einigermaßen exakt in der Mitte. Ich denke, das ist so die einfachste Lösung für den Einsteiger, um jetzt hier nicht verwirrt zu werden durch irgendwelche Fehlermeldungen. So weit, so gut. Und mit dieser Platine und dem dazu erstellten Schaltplan, das habe ich hier schon mal vorbereitet, werde ich dann mit euch im nächsten Video den Via-Fans generieren. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch viel Spaß beim KiCat-Basteln. Wenn Fragen sind, natürlich wie immer in die Kommentarleiste. Ich versuche dann nach bestem Wissen und Gewissen die Fragen zu beantworten. Schönen Abend und viel Spaß. Schönen Abend und viel Spaß.